Bigfight, äh, wieder mit Manu, mit, äh, Neil und let's go, auf die Fresse schlagen. Hallo, ich bin der Manu, ich bin der Grüne hier. Genau, Manu ist grün und diesmal wird er nicht gewinnen. Blaue, blaue, blaue. Manu, verpiss dich, ey. Hey, warum so gemein? Weil ich gemein bin, ich bin gerne gemein. Hab ich in den letzten 10.000 Jahren immer gemacht. Weg die Waffe weg. Nee. Ja, okay, ich hab die Waffe weggeschickt. Aua. Gut gemacht. Bin tot. Piss dich. Oh mein Gott. Ma, Neil macht Manu fertig. Wenn, äh, wenn Manu das erste Mal einen Punkt gewinnt, gewinnt er immer wieder. Wir wissen, das ist ein Fakt. Und jetzt haben wir alle verloren. Jetzt kommt die Apokalypse auf uns. Guck mal, ich bin Akrobat, richtig. Du bist Akrobat, ja, ja, sehe ich. Ich bin ein Baum. Dabei verpiss dich mit dem Baum, ja. Haha. Bin ich so sicher. Ah. Au, ich hab irgendwas am Kopf. Ja, du hast meine Faust an deinem Kopf. Ich hoffe, die Felsen zu bringen. Ami, äh, tschüss. Das war's, reicht doch jetzt mal. Mann, ey. So, wie ich einfach meine Leiche komplett misshandelt darf. Ja. Ja. Bist du? Zorro ist ein Witz dagegen. Was ist das denn? Hab ich nicht Eiskarten eingestellt? Warte mal. Anscheinend nicht. Ach, da, äh, warte mal. Jetzt kann ich nichts mehr ändern, oder? Doch, doch. Du kannst jetzt noch was ändern. Doch, ich hab's eigentlich geändert. Warte mal. Hab's eigentlich. Ach, der ist ganz weg. Ja. Heißt, beim nächsten Mal müsste theoretisch gesinkt, glaube ich, zumindest jetzt. Mein Gott, was geht hier ab? Ah. Okay, der stirbt durch seine eigenen Schlange. Au. Und der stirbt auf seine eigenen Schlange. Ich stirb nicht durch meine eigenen Schlange. Aber Manuel hat an seiner eigenen Schlange erdrosselt. Das krägt sich auf. Das sind zu viele Details. Heiße. Aber er stirbt auf seine eigenen Schlange, du hattest recht. Lecker. Oh, guck mal, es ist wieder guter da. Ich versteh's aber nicht. Ich hab, warte mal. Ich hab in die Game-Option eingeschaltet, Oh Gott. Hast du gleich die Ice Map ausgeschaltet? Nö. Warte mal. Ich versuch's mal andersrum. Ich klicke jetzt mal alles aus. Außer der Ice Map. Ah, siehst du, da ist einer. Das war aus. Mein Gott. Ich weiß nicht. Oh, I'm a present. Jetzt. Wir wollten eigentlich die ganze Zeit Ice Map spielen, Leute. Also machen wir das jetzt. Wir sind Geschenke. Ich will auch so ein Geschenk. Keine Ahnung, nach vier Runden haben wir's geschafft. Genau. Wir sind Geschenke. Echt? Was war das grad? Ach du, meine Güte. Yo. Das find ich ne faire Map. War nö, verhebt. Das ist sehr schlimm, Alter. Nil. Komm doch mal hoch. Ich hab eine Überraschung für dich. Oh, echt? Okay. Ja, komm her. Überraschung für dich. Ich mag die aber nicht. Ja, das schwer ist die Überraschung. Genau. Ah, vielen Dank. Komm, 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 kriegst du's zurück. Das wär so cool gewesen, hättest du ihn getroffen. Ja, ich weiß. Nein. Sag mal, willst du wirklich, dass ich das mache? Ja. Also, haben wir's schon, dass wir bis zehn Punkte spielen? Nö, haben wir nicht. Haben wir vergessen. Okay, Jungs, wir spielen bis zehn Punkte. Oh, Mädels. Oh, mein Gott. Ähm. Nein. Nein. Boah, ich wollt grad sagen. Wenn ich das noch gemacht hätte. Ja, das wär dann gemein gewesen. Das wär gemein. Das wär mega krank gewesen. Au, 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 nein. Sag mal, hörst du bitte auf? Hörst du damit bitte auf? Das Licht wird übernettet. Scheiße. Super, ganz gut, guck mal. Ich glaub, also, ich sag mal so. Wahrscheinlich gewinnt heute nicht, Manu. Oder den Nil. Ey, was soll das denn heißen? Weiß nicht, das heißt, dass ihr euch beide gegenseitig umbringt? Das fände ich zumindest cool. Nein, Daydreamer bringt sich selber um. Ich bring mich selber um. Ich lass es nicht an mich heran. Oh mein Gott. Warum kriegt der ne Waffe? Warum kriegt der irre ne Waffe? Das fände ich sehr fair. So, leidenfalls. Achso, ich dachte, ich hätte das Eis unter dir drunter schütteln können. Oh, jetzt hab ich ein kleines Problem. Ja, aha. Also, wenn du da rauskommst, kriegst du ein Zehner. Ach, wirklich? Ach, okay. Du bist nicht rausgekommen. Also, zählst nicht. Ich mein's. Also, Trink, Warno, jetzt ein Zehner, krieg ich fünf davon, Warno. Hey, nein. Oh mein Gott. Hey, geh weg von meinem Hügel. Er sagt, dass es dein Hügel ist. Ich. Dann sag ich, das ist jetzt mein Hügel. Hast du's gesehen, oder so geht dat? Das geht nur so. Das war sehr unübersichtlich. Das war nicht unübersichtlich. Ich hab voll den Durchblick bei allem. Bei allem hatte ich den Durchblick. Warte mal. Ist es nicht strategisch, aber werden wir nach oben gehen? Ja, aber nein. Ich war ganz oben. Nein. So geht dat hier, Leute. Das war gut. So geht dat hier. So geht dat hier. Scheiße. Oh. Das ist problematisch. Nee, wir können uns alles reden. Ja, können wir auch. Ja, ja, so. Wir haben, Leute, das ist Konversation. Und das hier jetzt auch. Ach komm, wir sind rumfängig. Ich find das wohl kaum fair. Ey, Warno, wir müssen nicht kämpfen, gell? Ja, ich will nicht kämpfen. Ey, das... Ey, das... Nee, wir müssen doch nicht kämpfen. Ja, ich hab noch geschossen. Ja, ich hab... Ich halt gerade den Schluck auf. Oh. Oh mein Gott, nein. Hä? Oh, fuck. Jetzt kann das ja auch. Verdammt. Oh. Ich hätt's jetzt wie so schnapp gelacht. Wenn jetzt der eine Schuss... ...dann das auch noch zerstören. Das hätt... Nee, ich hätt' nicht schnapp gelacht, wenn... Oh. Oh nein, Hilfe. Oh! Warte mal. Verkiss dich doch mal wieder. Nein, nein, nein. Was? Jetzt muss ich mich ausgeben, was da in der Mitte war, gell? Ja, kann gut sein. Hier, bitte, erlös mich. Erlöse ihn nicht. Lass ihn leiden. Wo du hättest die Waffe, so wie so ein Gangster, ne? Was ist denn bei Gertrum, hältst du die Waffe? Jetzt nicht mehr. Oh, oh. Nein! Ja. Ja. Scheiße. Heute gewinnt hier. Das darf nicht passieren. Ich hab's da schon noch zu verlieren. Ich sorge dafür. Au, au, au. Ui, ui, ui. Ich will dich aus dem Durchschnitt. Wann rausfliegt, bitte nicht. Ja, gut, wenn du dich jetzt selber umbringst, ab. Ah, ah, fack. Nein. Shit. Uuah. Shit. 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 Es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht... Sag mal, Manu, äh, doch, Manu, was ist denn heute los mit dir? Eisen. Eiskarten sind... Uuuh. Eiskarten sind geil. Komm. Hahaha. Eiskarten sind einfach nur geil. Komm her, du Krieger. Nein, 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 nein. Ich will hier keine Schlange bei dir. Okay, wer bekommt zuerst deine Waffe? Ma... Äh, Niel, äh, Manu. Scheiße. Malte deines Amtes. Malte deines Amtes. Jetzt. 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 Los, komm. Nicht alles verbannern auf einmal, das wäre schon scheiße gewesen. Malte deines Amtes. Nein. Hahaha. Oh. Hahaha. Schade. Ich dachte, ich versuchte es nicht zu nehmen. Kurze Frage. Kann ich bitte mit mir eine Waffe kommen, bitte? Oh, nein. Fangen. Hahaha. Niel ist auch noch so nett und gibt dir die Waffen. Ja, auf meiner Seite kommen halt auch keine Waffen. Ja. Das geht's nicht. Doch, es geht schon. Ich brauch den Punkt. Uh. Nein. Uh. Nein. Okay, Leute. Letzter Widerstand. Someone is loading. Lad schneller. Ja, anscheinend. Wir müssen Niel erledigen. Das ist ja sofort. Ja, ich wollte. Au, 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 lege ich mich gerade. Mann. Ich muss hier doch alles selber machen, ey. Das kann doch so nicht angehen. Ich bin tot. Du musst gewinnen. Ja. Piss dich. Ab ins Wegefeuer mit dir. Ja. Nicht so schnell, Manuel. Nicht so schnell. Schade. Ähm. Gut, Leute. Ich würde sagen, ähm, das war dann die neue Folge Stickfall. Diesmal hat nicht Manu gewonnen. Ich hab ja gesagt, diesmal gewinnt nicht Manu. Ja. Damit hab ich recht. Damit hab ich recht gehabt. Allerdings hätte ich gerne. Dann kamen die Stangen, die Stangen kamen und die Stangen. Richtig. Du bist, äh, Salas ist lösen in die Jugend. Also, Leute, ich würde mich sagen, bedanke mich. Genau, abonniere den Kanal. Ich wollte gerade die Abbot machen. Ich wollte die Abbot machen, das ist mein Kanal, du voll aus. Ja, ist, ist mir egal. Nebe. Ja. Abonniert den Kanal und like das Video. Genau. Oh mein Gott. Tschüss. Ciao, Leute. Ha. Ha. Ha.